Gustav, du hast ein Ei gelebt. Ein braunes oder ein weißes? Ich würde sagen, ein weißes. Keine Nougat-Eier? Scheiße. Ich will Nougat-Eier. Ich will Nougat-Eier. So ein bisschen Bodenabtragen ist ganz schön eintönig. Da ist Farben viel schöner, muss ich mal ehrlich sagen. Was sieht da schön aus? Ich mag den neuen Shader. Das war eine gute Idee. Nee, die Ressource-Specs, was du mir heute noch geschickt hast, habe ich jetzt natürlich nicht ausprobiert. Nee, das kannst du bei der Gelegenheit machen. Ja, machen wir nicht so. Hauptsache der Shader gefällt dir. Nee, der ist wirklich gut. Wollen wir PC tauschen? Nein. Ja, der Manfred hat bei mir Minecraft gespielt. Danach mochte er nicht mehr bei sich spielen. Ich mag den Shader total. Ja, Grafikkarte halt. Thema Grafikkarte. Was? Du hast noch meine Map. Den kann ich doch in die Couch schieben. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir da. Denken wir da heute noch dran, dass wir das nochmal alles wieder reanimieren. Und wir haben ja noch eine Anfrage von einem anderen YouTube-Menschen. Habe ich dir erzählt, aber da will ich jetzt noch nichts groß zu sagen. Den werde ich dann, mit dem werde ich mal die Woche Kontakt aufnehmen, ne? Und dann mal sagen, dass wir wieder können. Hm. Denn wir haben ja nicht umsonst das Video gemacht. Hier kann jeder gerne mal sich einloggen und mitspielen. Und mitbauen. Auch regelmäßig, wenn er will. Anmeldung erfolgt über das Formular, natürlich. Ja, ja. In dem Video mitzocken heißt das, glaube ich, ne? Mitzocken, ja. Oder Einladung. Warte. Wo habe ich den Bogen? Da. So, brauchst du noch irgendwas? Ich gucke nur mal, was das hier... Das ist kein Kripper, ne? Nee, das ist ein Flitzebogen, Mann. So, das kommt Müll. Der hat ein Schaf als menschliches Schild genommen. Wie geht denn das eigentlich? Wie kann man ein Schaf als menschliches Schild nehmen? Oh, das wird morgen. Oh, nee, doch nicht. Oder doch? Geht die Sonne auf? Die Sonne... Nee, der Mond geht da unter. Da geht der Mond unter. Nee, die Sonne geht auf. Da geht die Sonne auf? Die geht hinter uns auf? Ja. Nee, die Sonne geht... Bei mir, das war der Mond. Hier geht die Sonne auf. Bei mir geht jetzt die Sonne nach oben. Bitte wird... Hier hinterm Berg. Ich gucke jetzt in Richtung Berg. Windmühle gucke ich. Da geht es doch Sonnenaufgang immer gewesen. Ach, ich sage einfach mal ja. Okay. Besser ist das auch. Wir müssen ja auch noch ein riesen Weizenfeld. Wir haben ja viel vor. Deswegen müssen wir hier noch ein großes Weizenfeld bauen. Ich baue wahrscheinlich schon wieder... Ich mag das. Soll ich Klos zum Mitnehmen und ein bisschen Glas? Nee, noch nicht. Würde ich noch nicht sagen. Aber wir... Erstmal brauchen wir das Feld. Und wir brauchen... Du musst Weizensamen mitbringen. Wir müssen das Feld bauen. Das war ja das Wichtigste. Das müssen wir jetzt als... Da ist eine Hexe. Das müssen wir als erstes fertig haben. Ob Weizenkörner könnte etwas eng werden. Na, ich habe hier auch noch... Na, in der Truhe, da waren doch noch ordentlich welche. Außerdem können wir ja unser Weizenfeld am Haus abernten. Dann kriegst du auch noch ein bisschen was. Auch noch ein bisschen. So, warte mal. Ich muss mal gucken, wie weit ich das mache. Ich weiß mit dem Krepp nicht. Ach, kommt das da rein? Nee, doch. Nee. Hier ist eine... eine Baba Yaga. Darf ich die tot machen? Nein. Keine Baba Yaga? Nein. Warum nicht? Das ist doch nur eine Baba Yaga. Und das ist... Oh, ich bin verliebt. Äh, äh, wie ging das? Mit F1 war alles weg, ne? Ja. Oh, ich bin verliebt. Ja, das hatte doch Fleisch genommen. Ach, da. Das poste ich bei Instagram. Dann schreibe ich, ich bin verliebt. So. Komme ich mal wieder her. Oh, der ging aber daneben. Das hat man gesehen. Der ging... Das war das so hoch. Ah, ich habe sie getroffen. Ah, ich habe sie getroffen. Hup. Hui. Ah, ich habe sie getötet. So. Oh, ein Mini-Zombie. Die sind eklig. So. Sind nur schwer zu schlagen. So, bis hier habe ich mir... Ja, ich muss überlegen gerade, wie weit wir das hier bauen, alles. Das wollten wir ja auffüllen. Dass ich erstmal ein Ende finde. Wir können das ja nachher immer noch anpassen. Ich passe das jetzt schon mal an. Nein, ich meine, die Grenzen jetzt können wir ja nachher immer noch machen. Das muss ja jetzt nicht... Nur so grob machen wir das jetzt, ne? Ja. So. Denn hier hinten kommt unser Acker hin. Bauern haben immer ein Feld. Na, Schaf? Geht's dir gut? Schaf? Ich habe dem Schaf einen runtergeholt. Oh, nein. Ich habe es runtergeholt. Mann, ich treffe auch einen Scheiß. Ich weiß nicht, auf was schießt du? Wolltest du den Sandblock da oben treffen? Dann hattest du Erfolg. Ja, Schaf treffen. Jetzt. Au! Sorry. Okay. Oh, ich bin voll. Ich bin voll Dreck. Ja, das werde ich das erste Mal. Ich bin total voll Dreck. So, das ist ja das. Oh, komisch. Was ist denn das? Zucker habe ich? Warum habe ich Zucker? Ich habe einmal weiße Wolle. Die kann ich ja schon mal wegtun. 29 Weizenkörner habe ich schon. Ach stimmt, da kriegt man durch das Gras. Stimmt. Genau. So, jetzt haben wir hier ja schon eine große Fläche. Und jetzt werde ich das hier einebnen. Und jetzt habe ich natürlich in die ganze Erde meinen Rucksack getan, weil ich bin total schlau. Ja, gib mir recht. Nein. Äh, ja, ja. So. So. Der Manfred kann das viel schneller als ich. Was denn? Ach, nix. Achso, Erde setzen. Das sieht gut aus. Die Erde, das sieht alles besser aus mit dem Schäder. Die ganzen Blöcke, die haben so eine feine Struktur, denn das gefällt mir wirklich gut. Hat er richtig gut gemacht. So. Wirst du ja dann sehen, falls du denn mal eins von den Videos gucken solltest, ab 110 ist das denn. Falls, natürlich. Ja, Manfred guckt ja unsere Videos nicht. Der guckt ja nicht mal sein Gastspiel bei mir. Ich mag das nicht, wenn man sich selbst hört. Aber das war total lustig. Außerdem haben wir auch einen Kommentar gekriegt. Dem hat das gut gefallen. Den habe ich gelesen. Ja, ja. Ach, den hast du gelesen. Ja, Kommentare lese ich, aber ich gucke nicht. Achso. Wie baust du die Blöcke da hin? Oh. Ich wollte auch mal schnell. Sieht nicht schnell aus, sieht komisch aus. Du bist komisch. Ah, ich habe keine mehr. Arschloch. Jetzt geh gleich ein Eis essen, so. Dann kannst du mich mal am Tippe tun. Ja, geh doch. Geh da. Bist immer noch da. Ich bin zu faul aufzustehen. Was machst du da? Ist was? Was machst du da? Ah, Huhn. Lass das Huhn anleben. Stirb das Huhn, stirbst du. Rassist. Ach, das sagt er. Das. Was hast du mit dem Huhn gemacht? Aha. Da wird es gefressen. Nein, hier. Du bist ja noch schlimmer. Ja. Das kriegen wir da auch gar nicht raus, ne? So, jetzt haben wir doch hier schon eine große Fläche, ne? Können wir den Leitertrick anwenden? Ich würde jetzt hier noch einen langziehen. Oh, die Schaufel ist fast kaputt. Die mache ich nicht kaputt. Ich nehme die andere. Genau. Das dachte ich jetzt auch. Dass wir hier noch so, ne? Warte, ich passe das hier noch an etwas an. Nur, dass wir die Grundfläche haben, das müssen wir Feinarbeiten machen wir nachher sowieso. Die Details, die dann immer so aufhalten, ne? Das grobe. Mein großes Vorbild. Bei Minecraft. Mein, mein, nein, nicht mein großes. Mein zweites großes. Das erste große bist du. Er? Der hat ja mal gesagt, das hat er es mal gut bezeichnet jetzt neulich. Das flimme, du flimmerst aber komisch. Du blitzest richtig. Oh. Warte. So, der hat mir gesagt, dass man, wenn man was anfängt, in 20% der Zeit 80% vom ganzen Projekt schafft und in 80, die letzten, äh, 20, äh, 80, nee, 20%, nee, macht, da braucht man 80% der Zeit. Also, das letzte, der Feinschliff dauert immer am längsten. Da hat er irgendwie, ja? Was ist denn, du hast keine Hose an? Du hast braune, stinky Beine. Was ist denn? Er ist meine Scheiße. Gewehrsling. Hab ich denn, hast du schon mal was vom Fetisch gehört? Nee. Das ist mein Fetisch. Arschu. Hühnerarsch. Ich sag da nix. Hühner haben auch Ärsche. Die heißen da bloß nicht Arsch, die heißen Stütz. Weißt du wieder nicht, ne? Ah, da muss dir der alte Mann wieder erzählen. So, da hat man mir einen Grund mehr, es zu vergessen. Hey. Fertig frech. Ich? So, hier hinten können wir doch jetzt das Feld anfangen, ne? Achso, wir brauchen... Stein. Oh, kacke. Ein, zwei. Eins, zwei. Ah, nee, es war Bruchstein. Bruchstein fürs Feld? Nee, für die Feldhacke. Achso. Wir haben Feldhacken. Im Holzhaus sind welche. Da laufe ich jetzt aber nicht hin. Nee, ich wollte nur sagen, da haben wir die gelassen. Weil da ja unser anderes Feld ist. Jetzt aber. Und Eimer brauchen wir, Eimer. Für Wasser. Nochmal zurück. Ich dachte, das wüsstest du. Ich denke, ich arbeite hier mit einem Experten. Wo ist denn jetzt wieder Eimer? Eimer kommt durch. Küche. Küche vorne links, wenn man reinkommt. Untere Truhe. Ultmans Ordnung, da seh ich nicht durch. Oh, der Himmel ist schön. Da geht die Sonne unter. Ah, ich bin blind. Ah, ich seh nix mehr. Oh, ich seh nix. Ah. Oh. Das nennt man Störholen. Was machst du denn da? Ach, nix. Ich hab Spaß. Oh, das Wasser sieht geil aus. Ich bin total begeistert. Hä? 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 Hilfe! Nicht damit weg. Scheiße. Das geht nicht. Äh, nee. Was machst du denn hier? Hör auf damit. Wie kann das Wasser mal bitte das machen, was ich... Nee, lass uns mal jetzt hin, voll ein Feld. Jetzt. War was? Ich hab was zu trinken. Ich seh es. Wie müssen... Hast du die Feldhacke dabei? Boah. Oh. Das war keine Feldhacke. So, jetzt müssen wir erstmal Wasserkehren hin. Wo wollen wir denn anfangen? Ähm. Sag mal, wo ich den Kanal bauen soll. Zeig mir mal, wo ich den Kanal hinbauen soll. Naja, einfach einen langen Wasserkanal und dann kann man wie viel Felder dann mit bewässern? Wie viel daneben, links und rechts? Zwei oder vier? Oder drei? Also, ich... Also, pass mal auf. Ich baue jetzt hier einen Kanal und dann könnte ich ja jetzt... Hier, warte mal. Ich hab ja hier die Feldhacke. Dann könnte ich doch... So, kann ich... Wie viel kann ich noch? Kann ich noch einen? Oder wächst denn da nichts mehr? Ach, dann machen wir es einfach bis vier. Ich weiß. Und dann wollte ich das so machen. So, guck. Damit wir... Und dann kommt hier der nächste Wasserkanal. Was meinst du? Drei? Ich würde optisch drei machen. Ja, ja. Und dann kommt hier noch... Hier? Hier, ne? Nicht so dicht am Haus. Ne? Also, Wasserkanal. Warte. Und Feld. Damit wir so eine Richtlinie haben, ne? So. Dann brauchen wir nur zwei Kanäle, wenn das hinhaut. Ich weiß es ja nicht. Ach, wir können das denn dann geradeaus durchziehen. Ja, so hab ich mir das auch gedacht. Pass mal auf, dass ich den nicht hacke. Oh. Ah! Es ist erwachsen. Darf ich? Nein. Wie kriege ich es denn hier raus? Denn hol es da raus. Ich füttere es. Ich füttere es. Komm, mein Huhn. Und dann drehe ich dir den Hals um, weil ich Herr Manfred bin. Der macht das so. Nein, ich will keine Hunde töten. So, ne? Na, einer geht noch. So. Das sind... Da haben wir auch erstmal zu tun, den dann herher mit Wasser zu füllen, ne? Ach, das geht easy. Ja? Das machst du. Oh, hier ist einer zu viel, ne? Scheiße, hier hab ich missgebaut. So, fertig. Fertig. Sehr schön, hast du gut gemacht. Achso, ich hab noch eine zweite Feldhacke. Ja, dann kannst du ja schon in der Mitte weitermachen. Oh, das Huhn ist schon mal etwas weiter raus. Ja, wenn du Wasser reinmachst, dann müsste es eigentlich nach oben kommen, ne? Das hört sich gemein an. Weißt du was? Ich werde hier mal eine Fackel setzen am Rand des Feldes. So, wir werden beim Wasser graben. Damit wir hier ein bisschen Licht haben, ne? Und das machen wir dann nachher da hinten auch. So, und dann haben wir doch hier irgendwo... ...Körner. Nee, die hab ich mir gleich da hingetan. Gut. Ah, ah. Pfui! Was? Ich hab mich nur richtig hingesetzt. Ja, bei dir ist auch alles noch ein bisschen provisorisch, ne? Da fehlt noch ein bisschen Einrichtung. Da wartet ihr noch drauf, ne? Ja, gefühlte zwei Monate wird's noch dauern. Ja, ich hab dir eine Alternative geschickt. Ich muss nur Bescheid sagen. Warum hab ich hier drei gemacht? Warum hab ich nicht vier gemacht? Nein, das muss du mir erzählen. Weiß ich auch nicht, ne? Weiß keiner so genau. Jetzt machen wir vier und dann ist furscht. Ja, natürlich. Das muss ja gleich aussehen. Und wenn das nicht richtig klappt, dann machen wir außen auch nochmal... Ja, das wollte ich grad sagen. Oh. Ist tot. Oh, Hühnchen. Du bist ja rausgekommen. Ich hab aber jetzt gleich keine Körner mehr. Wir müssen dann mal bei uns ernten gehen, glaub ich, ne? Aber das scheint zu wachsen, ne? Ist das? Ist das so? Äh, noch nicht. Und in der Mitte, das hat nämlich auch vier, das Feld, ne? Die... Meine Steinhacke ist gleich weg. Oh, renn! Renn, renn, renn! Nein! Ich konnte nicht schnell genug. Ja, das üben wir noch. Ich war total verkrampft. Wir haben ja Dreck dabei. Oh! Oh! Ah, das ist auch richtig so. Zero. Hast du noch ne Feldhacke? Ich hab nur eine. Hast du die andere schon verbaut? Hä, wo sind die hin? Die hab ich weggesteckt gehabt. Faszinierend. Warte mal. Hier ist auch nix drin. Ich hab nur diese eine Feldhacke und die ist fast heil. Meine war meiner Meinung nach kaputt. Hier ist aber nix. Ja, vielleicht hast du die ja schon verbraucht. Das hätte ich dir noch schnell geholfen. Ne, du mach dir mal, du mach dir mal See und so und ich mach schnell das hier weg. Wie das aussieht, wenn du in den Kopf so mann und her. Ding, 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 ding. Ist noch Musik? Yep. Gut. Ja. Das war auch so ein Fummelkram. Das war alles runter von meinem... Dingen. Ja. Frechheit. Einfach so weg. Hat ihm keiner erlaubt. Ganze Playlist gelöscht. Warum, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich war ich dasselbe. Ich hab nämlich den Ursprungsordner verschoben und dann fehlte die Zuordnung und dann wurde's entfernt. Das ist halt so. So. Ich hab kein Geräusch mehr, wenn was kaputt geht. Alles klar. So, jetzt brauch ich ne Feldhacke. Hast du Stein dabei? Nein, das wollte ich dich grad fragen. Warte. Hast du Holz dabei? Nein, das wollte ich dich grad fragen. Ich hol, ich hol, ich hol Holz. Sie ist ja gerade im Baum zufällig. Rucksack hab ich mit. Och, Spinne. Da ist auch noch ein Skelett. Wo kommen die denn immer her? Mein Level, mein Level. Nein! Ich kämpfe. Was ist der Dunk? Das macht die... Achso, das ist bei der Creeper. Oh, gibt's doch gar nicht.